Oh Gott, ihr kommt heim. Kommt nicht gut. Geh lieber raus, ich mein. Der untere Bezüchtigung. Oh Gott, schön. Ein frischer Taler getappt. Befromm' mir gleich mal. Können wir verhaften? Den Betrüger? Geh lieber raus. Hör bis auf. Das ist nur gut. Hör bis auf. Er tobt da draußen rum. Verängstigen, schau ihn verhofften, schau dich so aus, dann hätte ich ihn gleich weggesperrt. So, der Luki, wie schau denn du aus? Aber hallo. Da unten haben sie ein Klo. Nanomaschinen entwerfen. Was denn das? Ein Plumbot, schau dir das so. Ein ganz eigener Terminator. Und den könnte man sehen. 4.690 Kaffee. Ja, da sind wir so billig, ja. Der kostet über 2.000. Hey. Sei ein Endmodell. Oh, Chaka Blart. Und da haben wir, wo soll ich das sein? Ein Rechner, schau ich. In Kugelformat. So, da haben wir so einen Fernseher, du wischig. Super, Haudi. Geil. Die Zoo Scotch. Kommissionsprofi. Mit digitalen Plämmen. Der nice Schrei. Kanji Haladopo. Abu Bambunai. Sanda Yala Jablan. Wu-Gin. Zab. Ja, bitte aufgöne Frau, was husten? Der Botbau. Warte mal. Das gönne ich mir. Stahlkoch. Die Boshaftigkeit. Und Band 2. Da war der ja schön. 439. Gönne ich mir. Damit du was lernt. So, da haben sie einen riesen Fernsehschuh. Geil. So, er hat die Schnauze voll. Betrogen und belogen. Ja, mein Schütterummel weiter daheim. Wobei, er bleibt da ober Nacht, oder? Kann nicht sein. Ja, ich kann den Hund. Einen Film gucken. Einen Film gucken. Ja, Mann. Geht bitte. Oh Gott. Jetzt haben sie einen Wickerl verhofftet, schön. Ja, gut, praktisch. Im V-Dienst. Hätt ja die Polizei von dir heim. Völlig unverbindlich. Hätt ja die Polizei von dir heim. Ja, pass auf. Ja, schimpft ihn aus. Mein Gott. Hätt wieder von alle Seiten geschimpft. Jetzt hat er Hausarrest. Scheiße. Ja, gut. Wollen sie möchten einen Film schauen? Warte mal. Da haben wir doch ein Theater. Gehen wir durch. Achso. Achso. Und meinst du dann auch, gibt es keine Filme mehr. Wie schaut denn Job mäßig aus? Sie könnte bald wieder aufsteigen. Daddy Mona. Das blöde ist, er kann die Penner geben, weil der Quick-Knick im Bett drin liegt. Dieser Penner. Ausarrest. Zwei Tage gelungen. So, das war jetzt. Die Duschen. Toll. Der hier. Also, ich glaube, da legt er sich wieder hier. Hö. Mein Gott, ein Chaos. Die streiten ums Bitt. So, er ist traurig. Jetzt muss ich gleich holen, traurig. Kommt, das wünsche ich. Stehen Sie es, glaub. Bringt doch gleich die Katastrophe aus. Die lassen sich gar nicht stören. Alle schauen zu. Alle, wie schaut denn aus? Hat er einen Revolver? Was soll ich immer? Was soll ich immer? Kehrt er gar nicht mehr auf. Oh, oh, oh. Jetzt blickt dieser Nikolz, er ist wieder schön. Ein Terrorist. Alle erste Güte. Ja, Mann, ich glaube, ich schick dich heim. Kommt, bringe ich ihn um. So, er schleicht endlich mal. Da läuft es rüber. Mein Gott. Pures Chaos da drin ist. Pures Chaos da drin ist. Pures Chaos da drin ist. Pass auf, die Kochfähigkeiten verbessern. Hat sie den Hunger? Nicht gut. Wobei. Sie könnte ja für die anderen servieren. Damit die was im Futter noch haben. Gemein zu aller sein. Glaub ich nicht gut. Die haben doch. Wobei, nicht das beste Verhältnis. Sieh schon, gell? In einer Stunde muss ich schon wieder rausgehen. Und sie könnte vielleicht aufsteigen, wenn wir glück kommen. Schon, oder? Schaut gut aus. Schaut gut aus. Herr Bredl, wie schaut denn aus? Brennen die Omelette schon? Ja gut, bin gut. Dann roll ich gleich mal hier in die Schwinger. Dann holt er sich Brotzeit. Da hat er sich Brunzen nicht eh. Vom Futter nicht. Blieb, blieb. Mein gut. Das hat nur diese Bingelig. Er könnte dann... ... ... ... ... ... Wann lernt er zumindest den Botbau. Und der Alois, wenn einer ein bisschen launisch ist. Wütend. Ja bumm, Geduld. Allerdings muss der G'stinger den Torwartschö. Als Polizist, aber das geht schon. Der fällt doch nicht auf. So, so. Alle, was ist? Stub an dich! Ja, treiben Sie schön. Die Damalschuhren. Die schmeißt mir die Rechnung in den Rasenschö. Toller Service. So, ihr lernt noch. Hauen wir gleich. Da muss ich die Schuhe ein bisschen gedulden. Ja, besser auf die Grundlagen vom Botbau. So, da werden Sie left. Wie meistens. Ja. Ja. Machen.